Wir haben ihn gefunden, den Sandtrichter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Part 238. Tja, beim letzten Mal haben wir ja versucht die Murmeln hier zu bekommen, aber wir wissen immerhin wo die eine hier ist. Aber dazu müssen wir erst jemanden retten. Ja, wie es immer so ist. Wir haben hier mit Quests verbunden. Was er für Sorgen hat, weiß ich jetzt auch nicht aktuell. Eigentlich könnte er doch jetzt losfliegen, oder? Gut, dass ich Flügel habe. Aber die spielen jetzt keine Rolle mehr. Mein Fehler, ich habe zu lange hier gewohnt. Ich habe es mit Savota durcheinander gebracht. Das ist Gerode Sprache für Guten Morgen. Jetzt wird es einige seltsame Berührung auf Savota und Savota. Da der Sandsturm jetzt verschwunden ist, haben wir eine klare Sicht auf alles um uns herum. Jetzt sollte es selbst für die flügellose Hylianer sicher sein. Die wüsste so durchqueren. Und was mich betrifft, die Oase ist mir ans Herz gewachsen. Als werde ich sie von nun an mein Zuhause nennen, meine Familie, hierher holen. Familie? Meine Frau führt einen Kremaladen im Dorf der Orne. Ich werde nicht angeben, aber sie ist von allen Orne die schönste. Unser Sohn führt auch einen Laden in irgendeinem Dorf, aber ich weiß nichts genaues darüber. Ich habe gehört, dass es ein junges Dorf ist, das erst kürzlich im Nordosten von Hyrule entstanden ist. Oh, okay. Das hört sich interessant an. Wir sind beide so beschäftigt, also dauert es vielleicht noch eine Weile länger, bis wir alle zusammenleben können. Aber ich möchte trotzdem gerne hierbleiben und mir hier in mein Nest bauen. Lebevorg, äh, alte Heimat. Oh mein Fehler, ich habe Lebewohl und Zerfork durcheinander gebracht. Das ist Gerudelsprache für Lebewohl. Juhu, was Neues hat er auch nicht für uns. Ähm. Ja, okay. Und dann möchte ich mich natürlich noch einem Schreien widmen, ne? Denn wir haben ja hier wieder Meere gefunden. Ähm. Ach, da waren die, genau. Im Westen soll das ja sein, ne? Wo ist hier der Westen? Wie war das mit Himmelsrichtung? Dann müsste er da sein, ne? Da ist Westen bei mir. Oder im Westen, ne? Ich spreche nochmal kurz mit denen. Keine Spur von Pontus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gesehen habe, wie die Richtung Westen gerannt ist. In die Wüste. Ausreden nach Westen. Oder die Wüste dort für ihre Treibsand-Trichter. Genau, ich muss los. Treibsand-Trichter, genau. Ja, Westen. Ja, das ist für die Westen. Stimmt, passt. Also, die gucken schon in die richtige Richtung, aber wir haben noch keinen Treibsand-Trichter gefunden, ne? Äh, ja. Ich laufe mal ziemlich genau in den Westen. Vielleicht können wir von dort aus... Ich meinte, es war ein Monster. Oh Gott. Lager. Aber vielleicht können wir uns ja von dort einen Überblick verschaffen, ne? Das war so ein Trichter. Mal sehen, ich... Also, bisher haben wir hier nur einen Abgrund gefunden. Vielleicht ist er auch da irgendwie hineingeraten, aber das wissen wir jetzt noch nicht. Ich gucke mich erst mal hier um. Und da jetzt auch ein bisschen nach oben. Das ist eine Ruine, denke ich mal, ne? Die auch im Zuge des Kataklysmus hier vom Himmel gefallen ist. War ja schon immer so ein Abgrund, Leute. Bin mir gar nicht so sicher. Wollte ich eigentlich jetzt nicht. Aber egal. Wüstengraben, genau. Hier ist doch nur ein Graben, aber kein... Hm. Hier ist auch nichts drauf, leider. Kein Trichter. Der könnte ja auch in den Graben gefallen sein, ne? Ah. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist ja undeutlich alles. Da sind doch nur die Gegner drin. Also, hm. Von wegen, die sind alle verschwunden, ne? Sind sie leider nicht. Spoiler. Äh, absteigen. Was heißt Spoiler? Wir haben sie ja gerade gesehen. Gut, Westen, ja. Bin immer noch Richtung Westen unterwegs. Vielleicht wurde der von den Monstern gefangen genommen. Hm. Guck mal, die Gegner da oben mal überraschen. Machen wir das mal. Hm. Hm. Ja, und ich denke nach wie vor dran. Ja, er war wirklich überrascht. Oh Gott, der hält aber aus. Der ist ein bisschen gepanzert, der Gute. No. Das war ein Wuchtschler. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Könnte ich alles wegwehen. Also hier ist kein Trichter. Wollt hier so aussah, ne? Aber, hm, hm. Hier scheint er nicht zu sein. Na mal so, ich geh mal da hoch. Mal gucken, was ist da erwartet. Außer Monstern natürlich. Ja. Wir können so vierdecken Sprung nach oben. Geht natürlich immer deutlich schneller. Und angenehmer. Gibt übrigens auch so ein Amiibo, ne? Also, ähm, mit Link. Wie er gerade den Deckensprung vollzieht. Ganz lustige Idee eigentlich. Weiß gar nicht, was der bringt. Dieser Amiibo. Hab den auch nur auf dem Foto gesehen. Bislang. Was wirfst du hier? Au. Das tat weh. Genau. Die Unobo zeigt's euch. Ach, die Exile-Versatz hat's hier auch. Und auch sehr stark. Ja, wir schießen die erstmal alle runter. Irgendwie lustig. Irgendwie auch nutzlos. Wie man sieht. Aber gut, vielleicht haben wir ja hier einen Blick auf die Landschaft. Also, das haben wir sowieso. Aber das wir jetzt in so einem Trichter mal sehen können. Weil er scheint wahrscheinlich, ich meine, diesen Tipp gibt's ja, der kommt ja nicht von ungefähr, ne? Also, ähm, können wir davon ausgehen, dass er in so einem Trichter verschwunden ist. Aber, äh, ja, wo? Wo ist der Trichter? Da habe ich was markiert. Ach so, da ist ein Schrein wahrscheinlich. Da weht auch noch so ein Wind manchmal, ne? Gut, ganz windfrei wird es hier nie sein. Da waren wir doch auch, ne? Da war der Kühlschrank, genau. Genau, da waren wir beim letzten Mal. Da haben wir ja auch jemandem geholfen. Äh, aber, ja, uns hat konnte leider keiner helfen, ja? Hinsichtlich eines Trichters hier ist, Leute, hier ist doch kein Trichter. Wo soll denn hier ein Trichter sein? Wie gesagt, da ist nur der Graben und das war's. Aber wir sind jetzt auch schon relativ weit wieder weg von der Oase. Also, glaube ich nicht, dass hier irgendwo ein Trichter sein soll. Hm, hm, hm. Zumindest sehe ich keinen. So weit weg wird es ja auch nicht sein, ne? Also, wenn sie da schon... Da kann es mir nicht vorstellen. Aber gut. Man weiß ja nie, da sind Säulen. Vielleicht, äh, ja. Hm, sollen die auf was hindeuten? Also, hier sind nur die Ruinen. Da ist kein Trichter, das weiß ich schon mal. Man sieht auch keinen. Also, wie ist das so schlecht zu erkennen in der Wüste? Äh, da ist die Stadt ja schon. Da ist ja schon die Stadt, genau. Hier sind noch Monster. Nester, aber mir auch nicht. In der Halle dieser Graben. Vielleicht ist das in dem Graben, Leute. Vielleicht muss ich mich doch mal in dem Graben näher umsehen. Dass der dort entschwunden ist, reingefallen ist oder so. Hm. Oder die haben ihre Informationen noch nie aktualisiert. Dass da vielleicht vorher ein Trichter war und jetzt halt ein Graben. Ja, äh, gut. Dann gehen wir da halt mal hin. Schauen wir uns da mal um. Also, mit Junobos Hilfe sind wir da auch diesen komischen Monstern gewachsen, ne? Diesen Giptos oder wie die heißen. Ja, Wüstengeraben, ja. Da wird vielleicht auch ein Schreien drin sein, ne? Wir wollen ja eh alle Schreine machen. Also, von daher kommen wir da eh nicht rum. Moment, Moment. Das sieht ja interessant aus. Hier möchte ich mich schon gerne mal umsehen erstmal. Ja, ne, ist nämlich auch was Interessantes. Oh, Fragezeichen. Sogar eine Truhe. Haha. Das hat sich gelohnt, ja. Oh, Königshellebade. Was schmeißen wir da raus? Das ist das stattdessen. Da können wir eigentlich alle drausschmeißen stattdessen. Na, nicht alles, aber. Ist sehr stark. Moment. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Ja, ich will die ja nehmen. Erstmal was drausschmeißen. Wir haben die Steuerung gewöhnt, ne? Bin jetzt in letzter Zeit mit Diablo 4 beschäftigt. So ein bisschen, ne? Da habe ich mich auseinandergesetzt. Ja, weil ich eh noch einen Game Pass hatte. Also einen Game Pass Code. Und der gilt ein halbes Jahr. Und, ähm. Möchte natürlich auch Lies of Pi erstmal weiterzocken. Also zu Ende zocken. Da ist ja nicht mehr so viel. Bis auf ein paar knallharte Bosskämpfe hier noch. Willkommen. Und der letzte war schon relativ happig. Aber klar, möchte ich natürlich noch zu Ende zocken. Werde ich auch wieder Videos dazu veröffentlichen. Zu den Bosskämpfen natürlich. Äh, da habe ich ja kein Let's Play gemacht. Und natürlich, das selber auch, gilt auch für Lords of the Fallen. Da kann ich mir, könnte ich mir rein theoretisch müssen mehr Zeit lassen. Aber gut, da ist auch jetzt lange kein Video mehr gekommen. Da gibt es ja auch nur noch den einen oder anderen Boss. Also da gibt es auch nicht mehr so viele Bosskämpfe, die nachfolgen. Vielleicht noch ein oder zwei, vermute ich mal jetzt so. Die machen so komische Geräusche, wa? Haben die immer schon so komische Geräusche gemacht? Auf jeden Fall kann ich hier nur sehr gut gebrauchen gegen die, weil die sind sehr feuerempfindlich. Oh, jetzt haben die sich aufgelöst. Die schön. Genau, dann sind sie halt anfällig, ne? Wenn sie so komisch am Boden liegen und so eine graue Farbe angenommen haben. Da kann man sie ganz leicht besiegen, ne? Ja, nun, Junovo rannt mal wieder vorne weg. Äh, hier sind zwei. Gleichzeitig erwischen. Ja. Jetzt kann er doch einschlagen. Gut. Habt ihr den auch schon? Da muss Junovo nochmal ran. Weil die erholen sie natürlich auch mit der Zeit, ne? Wenn das zu lange dauert, bis man sie denn erschlagen hat. Nehmen, was waren da noch zu nehmen? Ach so ein Reiseschwert. Moment, kann ich das an die Lanze basteln? Aber ich glaube, die Lanze ist schon eine Kombiwaffe, oder? Oder, oder, oder? Na, wir werden es gleich wissen. Nein! Sehr schön. Eine verstärkte Lanze haben wir jetzt damit, ne? Man kann die natürlich auch verlängern, ne? Klar, mit einer anderen Lanze kombinieren. Aber, ja, nein. So, hier sind auch irgendwelche Ruinen. Das sieht ja auch sehr geheimnisvoll aus. Ah, die sollte ich mir auch mal nie ansehen, ja. Ja, es gibt so viel zu spielen, also das ist Wahnsinn, ne? Ich hab mir ja dann auch Outlast und Alonso Dark. Da wollte ich ursprünglich auch ein Let's Play von machen. Aber es gibt so vier andere gute Spiele. Puh, auch mehr Horror-Einschlag, sag ich mal, als Alonso Dark. Alonso Dark ist ja dann doch mehr ein Action-Adventure geworden. Wenn es mir auch sehr, sehr gut gefällt, also puh. Ist gut geworden auf jeden Fall das Spiel. Auch wenn die Wertungen jetzt mal was anderes sagen, aber... Ja, die Kämpfe sind ein bisschen das Glück, sag mal so. Aber ich fand... Also die Waffe ganz... Also die Umsetzung der Waffen ganz gut. Also die haben ordentlichen Durchschlag. Da hat man wirklich den Eindruck, ja, man feuert eine Handfeuerwaffe ab, die ein bisschen Wumms hat, ne? Also das haben sie, finde ich, das Waffengefühl haben sie gut umgesetzt. Wenn auch die Gegner und die Kämpfe per se jetzt nicht so geil sind, aber das sind sie ja in vielen Spielen nicht. In Resident Evil 4, ja, Remake, da haben sie es so gemacht, wie man es machen sollte. Das stimmt, das ist natürlich deutlich besser. Oh, hier geht's rein, oder? Ist das in der Höhle? Ne, hier ist schon wieder in dem Gelände. Ja, wie gesagt, die Kämpfe, darum geht's mir eh nicht, Lohnen so dark. Mir geht's halt, mir haben die Rätsel, und die waren bislang eigentlich auch ganz cool, was ich da gesehen habe. Klar, dass vieles mit Schlüssel suchen und finden, ne? Da fühle ich mich erst ein bisschen veräppelt am Anfang. Oh, warum geht denn das kaputt? Ach, wegen dir. Du hast Holzpfeile dabei, das ist ganz gut. Zum Glück sind hier so langsam diese Zombies, ey. Moment, ich sehe grad nichts. Ja, das war auch schon. Ja, ey, bei denen kann man ganz gut Holzpfeile fahren. Moment, kann man das hier hochnehmen? Ja, krass. Damit hätte ich mich auch hören können. Das ist auch locker. Warum auch immer. Weil wir sind ja hier unten unterwegs, das ist der nächste Zombie. Nollus, schlagt drauf ein, auf das Vieh. Nicht so schüchtern, ran an den Speck. Ich glaub's ja wohl, ja. In der Zeit hat er sich natürlich wieder zurückverwandelt. Sprich, ist nicht mehr anfällig, ne? Ja, also Diablo 4, klar. Da hab ich natürlich damals schon so das ein oder andere Artikelchen dazu gelesen und so, ne? Und, äh, auch Videos dazu gesehen. Und da war für mich relativ, äh, zeitig klar, sag ich mal, dass ich's mir nicht holen werde, weil's eben diese, diesen Shared World Aspekt hat, ne? Also, erstmal diese Online-Geschichte und das auch noch auf Konsolen, ja? Sonst hätte ich, werde ich wahrscheinlich ausgewichen auf die Konsole. Habe ich ja damals bei Diablo 3 ähnlich gemacht, ne? Aber jetzt kam eben noch dieser Shared World Aspekt dazu, dass die Welt geteilt ist, sozusagen. Oder man sich die Welt teilt, so. Die ist ja nicht geteilt, in dem Sinne. Und dass da eben andere Spieler rumrennen, da war halt meine Befürchtung, ja, das schadet ganz schön der Immersion. Also, mit dem Online-Zwang, gut, da liegt mich jetzt noch halbwegs angefreundet. Weil, welches Spiel hat keinen Online-Zwang heutzutage, ne? Die haben alle mehr oder weniger Online-Zwang. Selbst die, äh, Spiele, die bei Steam erscheinen, viele. Aber, na, das war für mich vorher mal ein Ausschlusskriterium. Ist es eigentlich immer noch, also, wenn ich eine Alternative habe, dann wähle ich die natürlich. Aber ich hätte das, wie gesagt, die Konsolen-Version genommen. Mehr ist hier nicht. Was ist das? So ein Scherz hier, oder? Dass hier nichts ist? Nur so ein Ollergraben. Mit nichts darin. Kann ich mir nicht vorstellen, weil die muss ich hier irgendwas übersehen haben, oder? Ja, genau. Das hat mich gestört. Und jetzt ist halt das Spiel im Game Pass, also Diablo 4. Und damit habe ich gleich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und dachte mir, oh, lädst du es hier einfach mal runter? Für PC allerdings, ne? Logisch, denn, wenn schon, denn schon möchte man auch die beste Grafikqualität haben. Wenn es sonst auf der Konsole auch eh keine Vorteile gibt, ne? Sprich, kein Online-Zwang wie bei Diablo 3. Da gibt es auf Konsole keinen Online-Zwang. Ist auch meines Erachtens nach bei einem vorrangig Singleplayer-Game eigentlich überflüssig. Also wenn, dann kann man es doch so machen wie bei Elden Ring, ne? Elden Ring hat es doch super gelöst. Also wenn man online spielen will, ja, go for it. Wenn nicht, dann lässt man es sein, ne? Ganz einfach. Es gibt etliche Leute, die das nicht gerne mögen, diese PvP-Geschichte oder Koop. Die gerne erstmal alles alleine erkunden und so. Also ich mache eigentlich beides ganz gerne. In Elden Ring. Ich mache auch sehr gerne im Koop. PvP, ja. Dann und wann auch schon mal gerne. Aber habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Stimmt. Fällt mir gerade mal ein. In Elden Ring. Überhaupt nicht. Kein PvP bislang. Außer unbeabsichtigt, ne? Wenn jemand in meine Welt eingedrohen ist. Gleich musste ich mir natürlich verteidigen. Und hatte da mit mehr oder weniger Glück. Ja, mal gewinnt man halt, mal verliert man, ne? Das ist halt so. Moment, hier höre ich jetzt auch wieder irgendwas. Aber ich glaube, es ist nur der Wind, ne? Ja, nur Wind. Und ein Fossil haben wir hier. War da nicht auch? Da war da irgendeine Quest mit einem Fossil, oder? Aber die greift hier nicht. Oh, da ist auch eine Arena, oder? Ach du Scheiße, Leute. Hier ist eine Arena. Oder? Könnte sein. Gucken wir mal. So, hier wird wahrscheinlich eh nichts drauf sein wieder. Toller Graben, ey. Oh, da ist ein Schreiner direkt markiert anscheinend, ne? Ne, der hat mich markiert. Ach, nur dann markieren wir doch den. Sehr cool. Aber den habe ich markiert. Ne, auch nicht. Wo mache ich den? Ach, ne, musste ich ja nicht, weil da ist ja schon wieder die Stadt. Alles gut. Alles wird gut. Oder auch nicht. Ja, genau. Genau, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus mit Diablo 4? Dass es doch ganz gut gelöst war. Also man ist quasi, also in den Dungeons, hatte ich zumindest bislang den Eindruck, ist man alleine unterwegs. Und dieser Shared World Aspekt betrifft eigentlich nur die sonstige Welt. Also, oder steht da halt, wenn man in der Stadt unterwegs ist, dann sieht man ab und zu mal andere Spieler. Aber es stört jetzt auch nicht so wahnsinnig. Klar, ich verstehe immer noch nicht den Sinn dahinter. Also man könnte vielleicht mit einer anderen, ja, man kann die auch anquatschen irgendwie. Also indem man die E-Taste drückt und so. Anscheinend kann man mit denen den Chatten auch. Vielleicht bislang noch nicht gemacht. Warum auch? Mir geht es ja um das Einzelspieler-Erlebnis in erster Linie bei Diablo. Und das kann man auch so machen. Also man kann wirklich diesen Multiplayer-Aspekt da gänzlich außen vor lassen und trotzdem das Spiel genießen. Das geht ganz gut. Wie gesagt, nur in der Open-World rennen da ab und zu mal irgendwelche anderen Spieler rum. Und die helfen einem auch, also bei bestimmten Quests so, ne. Also wenn da größere Ereignisse sind in der Welt, dann sind da häufig eben auch menschliche Spieler dabei. Also es fühlt sich irgendwie ganz organisch an. Also irgendwie haben sie es ganz gut hinbekommen, finde ich. Also man muss es halt mal ausprobiert haben, ne. Und ja, dieses, ich meine, dieses typische Diablo-Ding, das erlebt man natürlich sofort wieder, ne. Da ist man sofort wieder mittendrin in diesem Loot, in dieser Loot-Spirale und Verbesserungsspirale und so. Diese Sucht, die greift natürlich wieder sofort, ne. Also hier haben wir immer einen Krog. Oh, und eine Rakete haben wir hier auch. Warum? Also ich muss sagen, diese Kopfhörer hier von Sony, diese von der Playstation, die sind so richtig gut. Da gibt es ja schon bessere, wie ja. Pulse, oder wie die heißen. Und kurz bevor die released wurden, wurden die ja gesenkt im Preis, die alten, sozusagen. Aber ja, ich brauche da nichts aufwendiges. Also die waren halt jetzt unter 100 Euro. Und die reichen mir vollkommen. Ich brauche ja nicht diese 200 Euro teuren Dinger, oder wie teuer die auch immer sind. Ich finde die dann doch ein bisschen übertrieben. Weil viel besser werden die auch nicht sein, ne. Von daher. Oh, hier kann ich irgendwas hochschießen. Aber mit welchem Sinn? Ach, da ist ja eine Pyramide. Ja, ach so, ja. Guten Morgen. Klar ist da eine Pyramide. Hier war eine dafür verantwortlich, dass sie da steht. Da ist ein Feuerchen. Ob der Typ da in sich verirrt hat? So weit weg von seinem ursprünglichen Standort? Von seiner Karawane? Kann mir bald gar nicht vorstellen, Leute. Da ist ja auch noch was Interessantes vielleicht. Ne, das ist... Was ist denn das da eigentlich? Das ist die... Das ist nicht die Oase, ne. Das ist irgendwas anderes. Aber wie gesagt, so ein Strudel habe ich noch nicht. Da habe ich noch nicht gefunden. Da ist ja die Stadt. Okay. Gut, dann gehen wir da mal hin. Na, nicht schaden. Oder so. Ja, und in den Dungeons anscheinend ist man alleine unterwegs. Also... Wenn man jetzt zum Beispiel eine Quest löst und man wird dann oft begleitet von einem NPC oder so. Ja, da habe ich bislang zumindest noch keinen anderen Spieler gesehen in den Dungeons. Ach, da ist der Hany wieder. Okay. Hast dich doch hierher verirrt. Ich habe es irgendwie erwartet. Irgendwie auch befürchtet. Aber... Die ganze Zeit ignoriert. Ja, das wirkt auf jeden Fall wieder so eine Startbahn, da, ne. Also hier. Das meine ich. Deswegen war noch eine Rakete. Wohin? Wo fliegen wir da hin? Da hin. Okay. Vielleicht habe ich da noch einen Krog übersehen, aber ne. Wer zu seinem Freund will. So, die soll mal helfen. Ich habe es schon geschickt. Wo kippt denn das Ding hin? Ja, von hier aus nach links würde ich sagen. Na gut. Machen wir das Übliche, was wir da anbauen können. Aber das können wir damit nie verbinden, so, ne? Oder? Können wir da dran klatschen? Aber er lässt es nicht los. Auch wenn er Angst hat. Na gut. Was ich hier mache, wird jetzt semi-geil. Aber... Wir probieren es trotzdem, ne? Weil die sind nicht in genug beieinander, die Teile. Das könnte nach vorne, dann kippt's natürlich. Das könnte nicht, es wird nach vorne kippen. Wer wohnt denn hier eigentlich? Ist das jetzt eine echte Behäusung? Ist das eigentlich ein Gerudo? Ein Woi? Das können wir nicht mit ihm quatschen. Doch, jetzt. Ah, du willst, danke für deine Hilfe kürzlich. Na also. Wölft. Na klar geht's gut. Kerzen gerade, genau. Großartig. Sehr schön, alles fertig. Dank deiner Hilfe konnte ich das schildfeste Boden verankern. Muss ich es nicht mehr die ganze Zeit stützen. Ein kleines Wunder. Oh man. Ich weiß nicht, diese Belohnung. Man kriegt halt was zu essen. Ja, eine Bombe kriegt meine Donnerblume. Ah, wie ich Szenen bekäme oder so, ja? Aber nee. Kriegt nur eine Bombe und das war's. Ist hier ein Stuhl? Hast du einen Stuhl gesehen? Man kann ihn ja nicht mal befragen. Er hat ja nicht mal nützliche Informationen für einen, ja? Oh. Ach du Scheiße, du bist es. Alter, das vibriert bis hierher. Also das Pad. Hat da vibriert. Obwohl das viel so weit noch weg ist. Der Moldova oder keine Ahnung. Bring da mal die Vokale durcheinander. Geht's hier auf, ja? Anscheinend. Das ist schön. Oh, was haben wir denn hier? Für eine Information. Ausguck Gerudo Wüste. Ah, Wachtagebuch. Ah, vielleicht steht da was. Aufschlussreiches. In der Wüste geht es schon eine ganze Zeit lang überaus friedlich zu. Weder Monster noch Banditen stiften Unruhe. Äh, hat derjenige überhaupt irgendwas gemacht? Ich glaub, der hat nicht wirklich ausgeguckt. Natürlich sollte mich das freuen. Doch es ist meine Pflicht, hier nach beunruhigenden Zeichen Ausschuss zu halten. Solange Frieden herrscht, ist mein ach so bedeutender Dienst auf diesem Posten vor allem eines äußerst langweilig. Und da dieser Ausguck hat, den Zweck erfüllt, soll nun geschlossen werden. Erst fürchte ich ja, es wäre wegen Mangel an Wachsamkeit meinerseits gewesen, doch daran lag es gar nicht. Beim Wüstenbasal soll ein Leuchtturm entstehen, der die Verständigung mit der Stadt erleichtern soll. Und um zwei Flederbeißer mit einer Klappe zu schlagen, soll dieser zugleich als Wachposten gegen uns verdienen. Das Licht des neuen Turms sollte man sogar bei schlimmsten Sandstürmen aus der Ferne erkennen können. Sollte uns also mal urplötzlich ein übler Sandsturm erwischen, weiß man trotzdem immer, wo es zum Wüstenbasal geht. Mit diesem Plan wären sicher unzügliche Leben gerettet. Eine wunderbare Idee. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Heute ist mein letzter Arbeitstag auf dem Ausguck. Und natürlich fällt der Abschied doch irgendwie schwer. Ich soll in Zukunft Leiterin eines Übungsareals werden, das gerade an der Oase im Süden entsteht. Das ist eine gewaltige Ehre. Durch das Schulden der Soldaten trage ich mehr zu unserer Sicherheit bei als je zuvor. All das Wissen über die Wüste, das ich mir in meinen langen Wachdienst angeeignet habe, wird mir sehr vernutzen sein. Aufhören. Also auch nichts Aufschlussreiches. Total uninteressant. Ich glaube, ich kann nicht schlafen. Hm. Mich heilen. Ja, machen wir das mal bis morgens. Gartis Heilung ist doch immer herzlich willkommen, ne? Wollte ich mal sagen. Was sagt die Zeit? Oh Gott. Das ist schon fast wiederum. Hat doch lange dauert die Ladezeit. Aber geheilt sind Rohnen auf jeden Fall. Ja gut. Das ist ein verlassener Ausguck. Was soll ich euch sagen, Leute? Ausgerechnet hier stellt er sein Schild hin. Macht das Sinn? Für ihn wahrscheinlich schon. Na ja, dann nutzen wir ihn doch gleich, ne? Den Ausguck. Die Hoffnung, dass er uns was nutzt. Komm ich bis dahin. Jo, komm mal. Sehr cool. Ach. Ach. Oh nö. Wart jetzt falsch? Ich glaube, es war falsch. Ach, nicht doch. Ja, jetzt fliegt er wieder nach unten. Gut. Also mit der Punktlandung, das müssen wir nochmal üben. War da ein Zeitlimit? Nö. Nö. Musst du treffen. Okay. Eigentlich wollte ich ja noch ein Schrein in dieser Folge machen, aber daraus wird wohl nichts. Daraus wird wohl nichts. Ja, wo ist denn hier? Also höher geht's nicht, oder? Doch, das geht noch höher. Klar. Klar, das war nur. Ich weiß nicht, warum man nicht da drauf landen kann. Ah, ich und die Steuerung. Das sind keine Freunde, ne? Merkt man immer wieder. Und werden es auch nicht mehr. Also nicht nach... Bis jetzt noch nicht wohnen, ne? Nach 238, was waren das jetzt? Ja, 238 Folgen. Dann wird das wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht mehr passieren. Was haben wir denn da? Achso, das wollte... Ja, das sah ja aus wie einer Arena, ne? Das hat mich erst mal interessiert, warum das da ist. Hier bebt wieder irgendwie die Erde. Irgendwann hört man hier. Auf jeden Fall. Ach nee, kann doch der Propeller sein? Ich glaube nicht, dass es der Propeller ist. Aber ich sehe hier nach wie vor keinen Trichter. Ja, da? Nee. So, der Wind. Der Wind, das himmlische Kehl. Dann irgendwelche Ruinen. Da hinten ist da irgendwas. Ja, auch da. Aber ich sehe da niemanden. Wie gesagt, vielleicht ist er ja da. Der Typ. Von der Karawane. Kann natürlich sein. Oder er ist da drin. Na gut, das gucken wir uns noch an, Leute. In dieser Folge. Das interessiert mich mal. Aber einen Sandtrichter haben wir bislang noch nicht entdeckt. Auch keine weitere Geoglyphe, genau. Ist ja auch nicht unwichtig, ne? Oh. Hier sind auch nur Gegner. Ich weiß nicht, was der da gemacht hat an seinem Wachposten. Aber hier wimmelt es doch nur so vor Gegner, ne? Hilfe! Also sonderlich aufmerksam kann er nicht gewesen sein. Also sie, besser gesagt. Das war ja eine Dame. Logischerweise. Wir sind ja hier bei den Gorodonen. Und ja alles Damen. Ach! Ja! Kein Wunder, dass man nichts sehen konnte. Gut. Wir haben ihn gefunden, den Sandtrichter. Ist da oben noch irgendwas? Soll ich das noch machen, in dieser Folge? Ja, komm. Machen wir mal. Boah, das ist wahrscheinlich eine Höhle. Weil irgendwas haben die doch gefasert von einer Höhle. Und ja. Und da hier weit und breit kein anderer Sandtrichter ist, wird es dieser wahrscheinlich sein. Geht mal von aus. Wo der Paravan-Typ abhandengekommen ist. Oder hineingeraten ist. Hier ist nicht mal eine Kiste, Leute. Nicht mal ein Krog, ja? Irgendwas. Geil. Jetzt habe ich extra da gepennt, dass meine Lebensenergie wieder voll wird. Und was mache ich? Ich springe den Kopf über in den Sand. Entdeckt. Treib Sand, Höhlensee. Ach du Scheiße. Erinnert mich so ein bisschen an den Fäulnissee. In Eldenring gerade. Warum auch immer. Sehr kurios, Leute. Ich denke mal, hier wird der Typ vielleicht sein. Also hoffen wir mal. Ja, die haben ja wie gesagt was. Ach, da ist auch der... Ein Majoi. Ist das ein Majoi? Ja, bestimmt. So, so ist es halt der rote Augen. Ich habe die mir noch nie so genau angesehen. Übernehme man so schnell weg. Oder beziehungsweise ich habe sie schnell erschlagen. Die armen Viecher. Na, nehmen wir das. Aha. Opa. So, was ist denn hier? Hier ist ja auch ein Eingang. Offenbar. Wo ist denn Dings? Die Thulin. Kannst du da was machen? Ne, das reselt da permanent weiter. Da kann er natürlich... Ist das ein verzweifelter Kampf gegen Windmühlen? Ja, Leute. Aber ich würde mal sagen, an der Stelle machen wir Schluss. Also ich habe auf jeden Fall zumindest die Höhle gefunden. Wo höchstwahrscheinlich dieses eine Karawanenmitglied abhandengekommen ist. Zumindest hoffe ich das, dass wir den hier entdecken und finden. Und damit die Kugel haben. Die vorletzte Kugel. Oh. Wenn du hier schon so guckst. Ach, was war denn das? Eine Ausdauerschrecke? Ja. Naja, dann mache ich erstmal Schluss an der Stelle. Also bye bye. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, Schack. Lasst euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like im Norden da. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen.